Seit mehr als 50 Jahren kennen sich Arnold Schwarzenegger und sein Freund Franco Kolumbu. Nun verstarb Kolumbu im Urlaub. Schwarzenegger verabschiedete sich auf Facebook mit einem rührenden Post. Arnold Schwarzenegger und Franco Kolumbu verbindet eine jahrzehntelange Freundschaft. Vor mehr als 50 Jahren lernten sich die beiden Kraftsportler durch das Bodybuilding kennen. Am 30. August starb Kolumbu im Alter von 78 Jahren auf Sardinien. Schwarzenegger verabschiedete sich auf Facebook und Instagram mit vielen Bildern aus der gemeinsamen Zeit und einem rührenden Text. Darin erinnert sich der heute 72 Jahre alte Schwarzenegger an die erste Begegnung mit seinem späteren besten Freund. Von dem Moment an, als wir uns in München getroffen haben, warst du mein Partner in Greim, schreibt Schwarzenegger. Wir haben uns gegenseitig gepusht, waren Konkurrenten und wir haben jeden Moment auf unserem Weg gelacht. Schwarzenegger und Kolumbu lernten sich in Deutschland kennen Kolumbu war auf Sardinien aufgewachsen und als Teenager nach Deutschland gekommen. Mitte der 60er lernten Schwarzenegger und er sich kennen, die beiden Bodybuilder trainierten lange zusammen. Als Schwarzenegger in die USA ging, holte er Kolumbu kurze Zeit später nach. Ich wusste, dass ich ohne meinen besten Freund nichts dergleiche wäre, schreibt der frühere kalifornische Gouverneur in seinem Abschiedspost. Ich kam ohne Geld zurecht, ohne meine Eltern, aber nicht ohne dich. Auch beruflich gingen die beiden lange parallele Wege. Kolumbu spielte in Filmen wie Conan der Barbar oder Terminator, in denen Schwarzenegger die Hauptrolle inne hatte, ebenfalls mit. Später arbeitete er als Juropraktiker. Privat wurde er Schwarzeneggers Trauzeuge bei dessen Hochzeit mit Maria Schreiber. Kolumbu kam bei einem Bootsunfall ums Leben Die italienische Zeitung La Repubblica berichtet, dass Kolumbu bei einem Bootsunfall auf seiner Heimat in Sardinien ertrunken sei. Ich bin am Boden zerstört. Aber ich bin auch so dankbar für die 54 Jahre Freundschaft und Freude, die wir geteilt haben. Das Pumpen, die Schachpartien, das Arbeiten auf dem Bau, die Mahlzeiten, die Streiche, die Lektionen fürs Leben, Das haben wir alles gemeinsam gemacht, verabschiedete sich Schwarzenegger in den sozialen Medien. Ich werde dich immer vermissen. Du warst mein bester Freund.